schießen und dann gehe ich mal ab rom 2 ne weil dann fahr ich die libertar ne bei mir alles klar die libertar müsste ich theoretisch auch machen was dabei hat kaum zeit für privat leben echt nett aber auch schon ein echt hartes leben hier naja ich muss vor schließen weil ich von samstag bis dienstag da bin die sehen schmackhaft aus ehrlich gesagt schmecker schmecker aber der eine hatte glaube ich auch noch eine incentive reiter dabei oder ich glaube nicht ich glaube ich habe eine incentive reiter gesehen auf welcher der king kong card ich glaube die sprengen sich gleich ich meine die sollen sich nicht sprengen auf einen punkt das sieht nicht was mir gefährlich werden könnte ist der amortrag du hast aber ausgeschissen bei mir fallen immer teile ab ja ich ich sehe den typen hier rechts rechts der ist an der topkern vorbeigefahren Mammut kommt vor volle raketen und Mammutsalve geschluckt ich habe hier ein Problem und der Klammer beginnt ach wo schiesse ich hin ja ist weg so eine Mammut ist vorbei ab ich bleibe jetzt in Deckung und komme nicht mehr raus noch eine Waffe der hat noch eine kriege da oben habt ihr noch eine Waffe wo es schon blinkt ich habe noch 200 hier heben Mammut kommt mich holen Arsch hindrehen weglaufen Abgang legen Flucht ich bin hinser oder Mammut jetzt bin ich einmal um den scheiß Berg rum Arschloch das wir können uns zurückziehen der Gründer muss kommen ja ich glaube ich bin auch hier ein bisschen sehr schön der Gründer wird wieder hoch der Gründer wird wieder hoch wieder rechts hoch hinter dem Berg jawoll Sir hei hei moin general die Käppe ist schon der Gründer kommt bestimmt wieder rechts da sehe ich wo es rechts geht ah Einer ist in Wiss gegangen Links ist die Abrissbirne Irgendeiner ist schon hinter uns im Camp Immer voll Ah man ey So viel Spinnen hier vor mir Ich glaube eine Spinne Immer voll ist wieder zurückgefahren Uh der ist ja richtig schön Im offenen Völlig ungedeckt der eine Den hauen wir weg Ach wo schiesse ich denn hin Hinter uns ist wieder einer am rumeiern Das ist hinter uns Ja Du fährst Richtung Cap Sehr schnell zurück Ich hab ihn aufgenommen Voll unnötig wenn die einen Punkt machen Ich hab ihn erst wieder abgehauen So der Cricket der blinkt schon nach hinten Boah das ist voll der Lebensschuss Cricket ist tot Zwei Schuss Pass auf wenn der da links wieder hoch Ach ne doch ne Ja komm dann gehen wir jetzt die uns beide holen Ja Die beiden holen wir uns Kabups Ist jetzt waffert Ist weg Hör mal vor die ist hier irgendwo bei mir Nein Da hinten zwischen den Felsen Der sprengt sich Mit Sicherheit Ist eben das gegangen Kann ich auch Wieder drüber weg Der fährt am Ende hin Guck mal Der war gleich zwei Capitals von mir Mach den mal wieder sichtbar Ich bin links Da ist er Das war immer ein schöner Einstand Das war immer ein schöner Einstand Super leicht gedeckt Mhm Na die Reeper können Also kann Tiger ja Mockieren Ja der eine hat sich direkt oben drauf gebaut Ja wie beim Bum Tiger weg Ich muss mal meine Zieltaste anders legen Wenn ich mir die rechts rausklicke Dann hält das immer nicht Dann geht das schwitziges runter zurück Ja das sehe ich immer bei deinen Videos Das ist nervig Ich muss halt mehrmals drauf geben Damit ich dir das Oculus ankriege Oder wie das Ding ist Äh Neutrino Neutrino ja Juhu ich hab schon mal fast Schaden gemacht Juhu ich hab schon mal fast Schaden gemacht Geil dann nur noch 50 mal oder so Und dann Dann macht das auch was Ha eine Reeper ist schon ab Ja das halte ich natürlich Geht's Oh Oh scheiße Wenn ich hinter dem Fels durchdecke will ich mich Ich hab mich Ich hab mich getroffen Ne ich hab mich nicht getroffen Ah sie ist ein Stückchen zu weit drüber Ne ich hab mich nicht getroffen ne ich hab mich nicht getroffen Ah ist sie einen Stückchen zu weit drüber Das ist so weit weg und bis die Murmeln da ankommen Die haben uns alle verpisst, wäre ich ständig gebrochen Sind alle im Tunnel Ich sehe eine Banane Keiner steht noch oben ganz alleine Oh, Generator Check 1900 Gelben, 1900 Weißen So schön Aua Also dieses Knacken, das über die ganze Map geht Habt ihr das gehört? Ja Kabums Ich glaube jetzt ist die Reaper auch noch ab Bis jetzt habe ich nur eine rein dekorative Funktion Bei dem einen blinkt schon was da oben Ich verstehe denen ihre Strategie auch nicht, warum da zwei hier eine Banane stehen Die wollen uns da raus drücken Dann machen wir das doch Langsam müssen wir auch Wir müssen nämlich mal was machen, sonst ist das Unentschieden Weil mit dem Generator, den wir ja schon abgestoppt haben Wollten wir eigentlich einen Vorteil haben Na gehen wir mal hin Ich bin ja eine Banane, Imbiss Ich komme auch Eine verloren Ich habe daneben geschossen Jetzt geht's bauten Jo Ich bin einer tanzt eigentlich mit denen Hier brennt einmal Hier brennt einmal Ja du stehst du mir immer vor der Linse, den kann ich nicht schießen Ich hätte gerne aber Ah man 20 Sekunden Ja das bringt nichts Aber nicht sterben Unentschieden Oh hier vorne brennt auch schon einer Wir müssen hier runter Der ist unten Hab irgendwo Ne die sind weg Der brennt Oh komm schon ich habe ihn kurz gesehen Ja Ja Der letzte Sekunde Schlimmlet Dieodynamics Musik Schlimmlet Musik 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 案 auf der letzten rille also der fahrt aus 0,1 sekunden mit mit dem schuss das war geplant oder die flamen den jetzt einfach so tot weil er da lang gefahren ist hau euer schmeiß dich raus der ist clanlos bald ja aber jetzt haben die die gute seite das ist doch egal wenn sie nicht gut spielen haben wir schon kassiert da sind wieder einer ist banane sie kommen sie sind alle im cap naja die müssen ja durch cappen jetzt eine rebe habe ich denn schon ab bin leider die saustür wir haben 55 prozent leute hier rein na der eine hängt hier so ein direkt hinter dir gell der morris brennt ist tot ich habe auch nicht mehr so viel hp ich habe keine waffen ich schiebe den reaper an hier da schießt was jawohl danke der reaper ist nackt sind die alle nackt gut gut ich bin gecapt ich bin auch gecapt direkt vor mir war eine spinne ekelhaft hier ist nur noch eine spinne die wir mit den namen bringen 1 mario schritt nach links ey was für ein rumgeeiere wenn sich zwei spinnen im nahkampf prügeln und dann kapgrans hängen schritt nach links kennst du den ja kennst du den doch auch ich habe keine erinnerung was gedeckt ist das war der ich bin schon auch in der whatsapp gruppe das war der wo er ein bild von sich reingestellt hat wo er mit dem dicken auto achso was war der kann sein so wie was für ein dickes auto der muss ein foto mit einer tsunami spielen oder so wenn dann machen oder das war links unsichtbar im gesicht unsichtbar haut ihn weg haut ihn weg der brennt schon laden nach bumm bumm ah scheiße hammerfall bitte weg mach jo 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 hammerfall ist gecapt hammerfall hat noch eine hammerfall oh ich krieg voll oh nein isst mir teile ab ihr schweine wie ich mich bewegen können warum kann ich mir nicht drehen wer hat denn hier den cappern hingelegt boah ich kann mich kaum bewegen der hat mit dem motor raus geschossen der hat mit dem motor raus geschossen ja wie haben sie die zusatzreifen irgendwie erwischt dann hatte ich überlast und jetzt habe ich hecklast gib ich kann mich nicht mehr bewegen aber äh ich habe hier einen helios an mir ja den bearbeite ich schon den proben wir auseinander oh das ging schnell ja war doof dass sie so schnell gekommen sind ja hätte ich nicht gedacht ja den flöcke den kennen wir ja schon der hat ja auch nichts drauf hehehe 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 den wollen wir hier warten oder hier ein bisschen hoch oder hier kann man so 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 hier kommen sowieso wieder wie die blöden guck mal haja die lands aber auch nicht die lande lande sind aber auch nicht ja müssen sie ja jetzt der Prometheus hat sie schon gefressen auch immer erwischt oh die sind ganz links hinten rum schon vielleicht wollen die cappen Da haben sie aber ganz schlechte Karten, wenn sie das vorhaben Hatten die was mit Fernwaffen dabei, Nägel? Nein, nein Hey, jetzt warten sie Oh, 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 das war knapp Kommt, Tiger, wir gehen mal hinten rum Bleibt hier vorne, wir schleifen das Ah, die kommen wieder zurück, die kommen wieder hoch, pass auf, ist halt zu zweit, ich komme hinten rum Um die Flocken zu snacken Oh, der ist einmal drüber weggefahren, der Penner Hilfe Ah, ich falle runter Ah, Mensch Oh, die sind alle in mir Alber Sind alle bei mir Einer sprengt sich Oh, genau sind Predator getroffen, ey Oh, Hilfe Ich bin tot Na, toll, ey Was war das jetzt, ey Wieso ging das jetzt so schnell Fuck, ey Kann doch nicht wahr sein, ey Die Hand davor muss weg Oder wir, na gut, jetzt kann man ja nicht warten Nö Wir müssen cappen Capcans Das ist das Zauber Die fahren ja einfach drüber weg in Invest Komisch, echt Da sind sie doch schon wieder So warten wir hier, die kommen eh wieder runter Wir dürfen Komm zurück, Xan Ja, genau Die sind links Also, das Gute ist, ich glaube, wir haben einen Strukturvorteil Wenn der Sturm kommt, könnten wir es schaffen Ja, die müssen doch erstmal da sein, weil Die haben jetzt den Vorteil Da kommt der Sturm wahrscheinlich irgendwo Wir dürfen uns nur nicht zu weit auseinanderziehen Von hier aus kann man auch nicht schießen, ne Ne, ne, deswegen Entweder auf der Strecke stehen bleiben Scheiße, dann kannst du ja nicht Es kommt was hier nach links Krawumm Flocker hat erstmal kassiert Ah, der haut schon wieder ab Ist mir so rübergefahren, der eine Ja, zurück Seht ihr was? Seht ihr die hier stehen? Ja, da links, ganz hinten Da kommt einer hinten rum jetzt Ja, der dreht oder ab Der will jetzt nur locken Die wollen so einen raus locken Aber Drei auf die Seite Ja, aber jetzt kommen sie Oh, Flocker hat nochmal kassiert Ich sehe sie nicht Die stehen irgendwie oben Einer kommt immer noch vorsichtig Einer kommt immer noch vorsichtig Einer kommt vor Zwei Minuten Zwei Minuten Ich habe diesen Flocker eine voll verbraten Komm, dann holen wir uns von hier Also, wir gehen jetzt alle Links rum Ja Ich bin unser Air-Käller Predator Ja, die sind halt nur schneller, ne? Wege kämpfen Muss ich mal aufpassen Oh, ne, Block auch eingekriegt Müssen schauen, dass wir dann rechtzeitig irgendwo in der Mitte sind 90 Sekunden Ja, die haben ja keinen Fernkampf, also wir müssen Vorsicht, da kommt einer jetzt, vielleicht springt er runter Ne, doch nicht Beide Minuten Ja, dann gehen die auf das Dings aus Oder wir kriegen jetzt einen raus Oder sie fahren schnell in unsere Cap Die fahren in unsere Cap Ne, tun sie nicht Ja, so schnell können sie nicht, äh, Ketten Oh, ich hänge an der Cap von denen Komm, Colt, und den is mir hier, oder so Ah, dringelt er mich wieder ab hier 30 Sekunden Keine aufstehen ist mir Hat keine Dings mehr Jawoll Hammerfall Oh, ich seh nix Oh, Alter Hammerfall hat nix mehr Oh, ich hab nicht getroffen So, jetzt musst du ein bisschen Abstand haben, da kann ich mir Gas geben Nochmal gestern Bin gecappt und bin gleich tot Bin gleich tot Jawoll, danke Bist du nicht Lüge doch nicht Äh, komm hinter mich Komm hinter mich Oh, Mann Jawoll Aufregend Dann krieg ich hoher Blutdruck Super Hier sind nur noch Kackteams, ey Wir kommen rechts Zwei ganz schnell Drei Ist gegangen Hab ihn einmal erwischt Tja Wieder mal Ich hab den Sperrtypen Also, geparkt Oh, Mann, ey Ja, der Dregel ist da und der eine, ja Ich hab die Achse gleich geschossen, da kann ich mehr Ja, der andere, der unter mir ist vor, gewesen Ich hab durchs Haus geschossen Mitrasch ist auch so gut wie down Ist down Habt ihr eigentlich gesehen, wie der Sperrtyp an mir gehangen ist? Ne Er ist einfach hochgeflitscht, ich bin nach links gelaufen Und hab ihn zwischen mir an der Wand hochkant eingeklemmt und dann auf die anderen geballert Er konnte nicht raus Incinerator ist gleich tot Er brennt Ein rotes Lämpchen an Ein rotes Lämpchen an Bremslicht wahrscheinlich, ja Ich finde hier ist immer schlecht, wenn wir hier so links gehen Ich bin ja auch rechts rum gehen Ja, jetzt sind wir schon links gelaufen Ja, wir brauchen irgendwie Vielleicht kommen wir ja bis zur Kirche Wir brauchen Abstand, sie kommen schon, glaube ich Irgendwer ist da so ganz alleine vorne, wer ist denn das? Timo? Ich bin doch Der Erkiller Krieg vor dir! Ja Ja Der bleibt natürlich nicht eng, warum auch? Alter Geht der mir auf den Sack hier? Danke Bitte Boah, tausend Schaden habe ich dir ein Den bei Timo ist er Du bist du selber im Feuer, du harsch Ja, das war doch mal ne schöne Runde, oder? Ja, das haben wir eigentlich ein bisschen hingeschneckt Die werden auf jeden Fall pushen Ja, klar Wenn wir jetzt halt schnell ins Cap kommen Können wir es vielleicht mit der Capcan irgendwie auskontern Eins, ne? Ne, sicher bin ich mir nie Dann lass uns doch einfach unsere Strategie wie immer machen Weil wenn die in Invest gehen, dann bügeln die ja über die Dinger drüber Also der Hammerfrog kann mich auch ganz schnell entwacken Ja, klar jeden für uns Ja, klar jeden für uns Gute ist, wir sind in der Ferne... Wir sind in der Ferne... Wir sind in unserer Range besser ausnutzen lassen Ja, ein Kreuz, äh... Ah scheiße, den Sino-Reit habe ich vergessen 300 Weiß 300 Weiß 150 Weiß Ich verstehe nicht warum der Hammerfrog ist 300 Weiß Jetzt ist irgendwas in das gegangen Boah, ein Cinerator im Gesicht Still weg Hier ist was bei mir Ich gebe ein Weihnachtsbaum Komm ein bisschen zurück, du bist ziemlich alleine Aaaaaah Ah, hinter uns Achso, und ist ja gar nicht hinten Ich habe den Schluck mal rein gehauen 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 Oh, beruf dir, Alter was geht Ja, weil ich bekommen will, ich habe sie alle weggeflaschen Ich habe ihn 1200 gedrückt Genau in der Sekunde geschossen Äh, Waffe ab Hehehe Hat sich genau in meinen Schuss gedreht Er ist ziemlich Er ist komplett am Sack Links, äh, Predator Problems Ach was? Problem Boah, haben sie kleine Dinger, also nur vier Beine gehabt Zau WALTER E-Sports Globe Und ich treffe ihn Den war ich mal im Klagen Und Konrad 88 auch Hitzig Hitzig Neun Schaden Ey, Alter Hitzig Den hab ich ja mal Hitzig 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 Neun Schaden Das kannst du keinem erzählen Also bist du sicher, dass der, äh Die Tsunami drauf warst, Channel Adventure oder so? Wahrscheinlich hier die, die Hornet oder so Stoffbekehren mal hier rechts, oder wie Hitzig Hitzig Die Hornet hat wahrscheinlich mehr Schaden gemacht Hitzig Ach, sie kommen auch rechts Na, dann warten wir hier mal Sie kommen alle hier drüben, links Na, einzelne Wider, hätte es da nicht lange stehen bleiben sollen Ich hab den Koblen Scheiße, was hast du dem denn rausgeschossen? Der ist sehr glatt Hitzig 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 Tausend gelben Schaden hatte ich eben bei dem Ich hab ganz viele Schrotflinten im Gesicht Ekelhaft Oh, der ist nackt Nackt und tot, nackt und tot 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 Nackt und tot